Stefan, hallo! Servus! Servus, grüß dich! Servus! Jungs, grüß euch! Ich muss noch ein bissel warten! Kaffee bitte schön jetzt mal! Hast du meinen Torks letzte Woche? Jaaa... Ach, wieder ein Gefühl da? Fresh beim Friseurnachtgesen heute? Nein, ich habe nachdem noch keiner. Nein, ich mache es selber. Dann gehe ich mich rüber umziehen. Passt, machen wir es schon! Wir haben noch mal drauf. Okay, wer hat sich ab? Das ist recht. Jo! Jo Leute, was geht? Wir sind Post Jena. Und heute haben wir eine weitere Challenge. Ein Spezialengast und Cesar holt ihn jetzt gleich zu uns. Ich stelle mich auf die Seite, okay? Ja. So Leute, wie ihr seht, das ist Stefan Mayhofer. Eine österreichische Legende, kann man schon sagen. Mayhofer setzt nach 2-0 Rapid. Was ist denn hier los? Er trifft auch ohne Maske. Stefan Mayhofer. Ich werde jetzt ein Major zu mir sagen. Ja, Major. Wir machen heute drei Challenges. Die erste Challenge wird sein, einen Tweakshot. Das wird dann eher meine Sache sein. Den Ball in ein Gefäß reinhauen. Okay. Die zweite Challenge ist, ich weiß nicht, ob du das Spiel Kopf fangen kennst. Wenn man sagt fangen, musst du den Ball mit dem Kopf zurückspielen. Wenn man sagt Kopf mit dem... Also du musst den Ball fangen. Wollte ich hinkriegen, ja? Und die dritte Challenge, was meine Challenge mit ihm ist... Warte kurz drauf, ich bin bloß. Bro, das sind Outtakes, man. Vater und Sohn. Und die dritte Challenge ist... Was war noch mal dritte Challenge? Annehmen, gabern, zurückspielen, alles in der Luft. Na gut, gehen wir raus, oder? Sehr gut. Machen wir's gleich. So ist draußen. Jaja, ich hätte mir ein wenig daheim... Aufhämmen sollen... Kommen wir zur ersten Challenge... Die erste Challenge ist meine Challenge und zwar gabeln wir uns den Ball hin und her, Flanken hin sozusagen und wenn der Ball runter fliegt, ein Punkt für den Gegner halt. Bis drei spielen, oder? Ja, bis drei. Passt. Adiallah. Wir legen noch einen drauf, wir spielen Oberschenkel ist feier. Oberschenkel darf nicht benutzt werden. Du bist so flügig oder gegen mich, Mann? Scheiße, Oberschenkel ist feier. Oh, Scheiße. Die Frisse, Mann! Ihr seht doch den größten Unterschied. Ich muss es ja nicht sagen, oder? Es ist ihm eindeutig zu kalt heute, es ist eher so der warme Wetterfußballer, Schönwetterfußballer, Entschuldigung, und Cesar, du hast alles gegeben, war okay. So, jetzt kommt die zweite Challenge dran und das ist einfach, das ist für mich, das Trickshot einfach rein hat. Wie viele versuchen wir es brauchen? Ich hoffe, dass ich im einstelligen Bereich bleibe. Und du? Ja, sag mir halt, bevor du triffst, damit ich nicht anhören kann. Okay, passt, so machen wir's. Ja, kommt jetzt noch kurz! 3, 2, 1, los! Ui! Ui! Uuuuh! Geht 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 geht! Ja, was sag ich, ich nehme den Linken, ok? Nehme den Linken, jetzt kein Problem. Ui! Düt, düt, düt! Es kommt den, es kommt den, es geht! Was tut das? Der Handicap. Ich möchte ihn ja nicht komplett brechen, so wie ein Kollege vorher, aber jetzt muss ich ihn einfach knacken, oder? Komm! Oh! 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 Geht's. Also irgendwelche? Hahaha. Oh! Oh, das gibt's ja nicht! Sie kauft leider! Gibt die gleiche! Oh! Fiel mit! Hält! Hält! Ui! Hahaha! bubbles! Nervous! Will nicht rein! Er will nicht rein! Hup! Hit! Aber ins Tor. Ich schieße ihm ins Tor. Wie man sehen kann, Dennis ist am Boden zerstört. Aber wir kommen zur letzten Challenge und die heißt Kopf-Fangen-Challenge. Ich spiele dem Steff den Ball zu. Wenn ich sage Kopf, muss er den Ball fangen. Wenn ich sage Fangen, muss er den Ball mit dem Kopf zurückspielen. Los geht's Steff, komm! Kopf! Kopf! Fangen! Fangen! Das war jetzt dreimal, oder? Dreimal, ja. Kopf! 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 Fangen! Fangen! Ja! Eins drüber, gratuliert. Gut, ich habe auch gut geworfen. Wie ihr sehen könnt, ich habe die dritte Challenge gewonnen. Und jetzt haben wir noch in der letzten Challenge, das ist FIFA, also da haben wir noch eine Chance auszugleichen. Und wenn es zwei zerstört, dann suchen wir uns noch schnell was raus. Wir gehen zweimal. Genau. Dann muss ich mit dem Drehen noch mal. Oh, schau, 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 schau! Das ist sicherlich cool! Da ist ja der Major! Major! Oh! Cheese! Why not? Habe ich drei Haare, oder was? Du hast ja Old Trafford gespielt. Gegen Ronaldo auch. Gegen wen? Ronaldo. Cristiano. Nein, der war schon weg. Nee? Aber Rooney... Wie soll er heißen? Nein, ich bist eh. Steff, dein Lieblingsschuh? Predator. Aber der Alte hat er mit Zunge. Aber der Alte mit Zunge, genau so ist es. Back him. Back him. Gut gespielt. Aber der Neue ist auch nicht schlecht. Nein, der Neue ist gut. Gleich mal noch reingekommen gegen den Alte. Ui! Ui! Aber so hast du nicht... Hey, Joey! Was ist mit Joey los, ne? Du Spiss! Uuh! Ja! Uuh! Piste! Uuh! Uuh! Joey! Joey! Schau, er getroffen hat. Normalerweise trifft er ja nie. Normalerweise hat er blonde Haare. Ui! Wenn das jetzt kein Tor wird. Oh! Dann geh ich so meinen Ulu da... Sweaty auf! Boah, wie schief bist du aber! Doppel-Fuck-Doppel-Sweaty! Boah! Doppel-Fuck-Jump! Ich mein, ich gehöre zu dir, aber oah! Das ist hier schonmal ein Trikot-Tausch, oder? Ja. Was war der... Der... Kannst du nicht ablenken! Der krankeste Spieler mit dem war ein Trikot-Tauschart. Keine Ahnung, die wollten immer von mir das Trikot sehen. Ich hab damals schon in Phil Neville im Old Trafford getauscht. Echt? Und das hat mir eigentlich wirklich getaugt, weil wir nebeneinander gestanden sind nach Spiel... Nach dem Spielende und uns kurz unterhalten und... haben wir einfach normal Trikot tauscht. Dick daheim in der Kiste. Hast du so ne Sammlung? Ja, ja, klar. Dann schau dir den an. Wie bist du? Gut angenommen auf dem Kano, aber die Flanke ist eine Katastrophe. Wie lauf ich? Damals gegen Manchester. War Alex Ferguson noch da? Ja. Hast du ihn kaum mitgegeben? Na! Hey, wenn ich ihn hab, wird er immer langsamer. Oh! Elfmeter! Ja! Na! Jetzt beide so! Wer ist das? Der Seil, oder was? Steff, dein schönstes Tor? Dieser Elfer! Huiiii! Schönstes Tor für dich? Damals im Cup, in Leoben. Vor allem, glaub ich, in Kulisse. Mit Rapid damals noch. Fahrzeugzieher vom Sechzehner. War eines meiner doch schön neuen Toren. Gibt's da von einem Video auf Youtube? Auf Youtube? Auf Youtube? Weiß ich nicht, aber ich glaub ich hab eines auf meinem Handy. Höchster Sieg in deiner Karriere? 7-0 mit Rapid. Also auf Profi-Ebene. In der... In der... In der... Ah... Wie der Elfer? Wie der Elfer? Genau. In Sorgensburg damals. 7-0. Da war Pilli auch noch dabei, gell? Yasin! Yasin! Aber ich glaub jetzt eine Frage, die jeden da draußen interessiert. Was kannst du da jedem jungen Fußballer da draußen sagen? Wie er sich am besten vermarktet oder... Naja, vermarktet... Das Wichtigste ist einmal, dass du einfach immer Spaß und Freude hast mit dem, was du machst. Und ich glaub, wenn du mit Freude zum Training gehst, dann bist du wesentlich besser, wenn du... Ja... Ohne Motivation. Ohne Motivation lange gezifft bist. Also ich glaub, das Wichtigste ist, egal wie deine Kollegen sind, dein Trainer, dass du für dich selbst die meiste Motivation mitnimmst. Und ja, wie gesagt, Spaß und Freude hast. Dann kannst du im Fußball... Ja... Jetzt wirklich weit bringen und äh... Ich sag dir ein... Der Controller macht nicht das, was ich will. Und jetzt gehen wir ins Laufduell. Mara, komm! Schickern! Big job! Ah! Lupfer! Ui! Nein, oder? Ah! Ah! Aber bitte film das! Bitte film das! Schau dir das an! Schau dir das an! Schau dir das an! Bist! Hopp! Aber es ist genau er drin! Genau ich bin's! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, ne? Hopp! Schau, das seh ich, er kommt raus! Mit linken! Ui! Das war wieder chill! In die Boca! Ja, aber... Mit dem linken wieder! Was sagst du über Win the Champions League dieses Jahr? Ja, ich glaub, es sind noch richtig gute Mannschaften dabei. Aber die Bayern sind natürlich immer Favorit. Jawohl! Super! Grüß dich! Von deinen Teamkollegen, also wer war wirklich, wo du sagst, der ist wirklich von einer anderen Welt? Teamkollegen? Ja. Also damals, wie ich bei Bayern war, werden vielleicht einige von euch noch nicht kennen. Sebastian Deißler. Okay. Der hat bei uns mit trainiert nach seiner Verletzung und ich hab zu ihm gesagt, er ist ein Pornostar. Er hat alle zerstört, alle gefickt. Das kannst du dir nicht vorstellen, was der mit dem Ball gemacht hat in einer Leichtigkeit. Ach so, mit dem Ball. Und das war einer der besten Fußballer, definitiv, den ich gespielt hab. Jungs! Bewertung, Leistung, Spieler des Spiels, Meierhofer, sieht man wieder unten, ne? Bewertung, ne? Oh mein Gott! 7,9! Leute, gebt dem Video einen Daumen nach oben, kommentiert, abonniert uns und danke will ich auch nochmal sagen. Dankeschön! Wenn es wärmer ist, machen wir eine Challenge in Mattesburg. Ist das eine Einladung? Ja, es gibt keine Einladung. Eine offizielle? Aber ich hoffe, dass es dann besser vorbereitet wird. Jetzt ziehen wir bitte hinten zurück. Ich werde mal zwei Kollegen in Mattesburg raussuchen und dann machen wir schön 3 gegen 3. Sehr gut! Perfekt! Dankeschön! Das Video der Schwarze sind nach 3, meine Kabeze.